Angry Birds, uh, das ist so 2010. Das ist das große Argument, das dem Film hauptsächlich nachhängen wird. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Der Konsens, den Leute schon im Vorhinein geschlossen haben, bevor der Film überhaupt rauskam, zu Recht sicherlich, ich möchte es Leuten nicht ankreiden, absolut zu Recht, dass sie sagten, Sony hat sich verkalkuliert. Sie haben schon vor langer, langer Zeit den Namen Angry Birds eingekauft. Sie wussten nicht, was sie damit machen sollten. Das ist vor allem ein Produkt, das so sehr, sehr lange in der Produktionshölle schmorte unter Sony. Das ist auch so berühmt berüchtigt. Mittlerweile zu lange gewartet, zu sehr verkalkuliert, zu sehr darauf gesetzt, dass Angry Birds eine längere Dauer hätte am Markt, als sich jetzt letzten Endes herausgestellt hat. Nicht, dass Leute es nicht mehr kennen würden. Wie gesagt, es ist immer noch Brand Recognition, auf die gesetzt wird. Ansonsten hätte man es jetzt natürlich wahrscheinlich gleich irgendwie Direct-to-DVD oder so rausgebracht. Nee, Sony setzt drauf. Leute werden da schon reingehen. Und es wird sich zeigen, was sich am Ende bestätigt. Also, ob die Leute sagen, okay, ach, Angry Birds, da gibt keiner mehr einen Scheiß drauf. Leute durchblicken diese Absichten von Sony, dass sie da jetzt einfach einen Film hingeschlonzt haben und einfach nur Angry Birds draufgeklatscht haben, damit es überhaupt nur irgendjemand sieht. Wie gesagt, wir werden sehen, was sich am Ende bewahrheitet. Die Box-Office-Zahlen werden es uns sagen. Klar, das Ding startet jetzt international. Es gibt noch keine Zahlen. Da muss jetzt auch ich leider drauf warten, kann da meine Kritik noch nicht drauf aufbauen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich verzeihe sowas generell. Und Leute wissen das auch. Mir ist es jetzt egal, dass Sony da jetzt den einfachen Weg gegangen ist. Weil sie hatten da sicherlich eine Form von animierten Filmen schon vorher rumliegen. Haben gesagt, nee, damit es jetzt zu einem zusätzlichen Erfolg theoretisch wird, nehmen wir jetzt halt eine Marke her, so wie es große Hollywood-Studios in der heutigen Zeit immer praktizieren, dass sie sagen, nee, Instant Brand Recognition. Das ist wichtig, dass Leute, sei es auch eine negative Meinung dazu haben, aber sie haben da eine Meinung wenigstens dazu, als dass wir jetzt irgendeinen animierten Film raushauen. Der Trailer ist vielleicht nicht wirklich überzeugend und es gibt überhaupt keinen Buzz dazu. So agieren Leute in der heutigen Zeit. Ich verstehe es, ich verstehe es, warum Hollywood-Firmen das machen. Ist okay. Ich bin jetzt rangegangen mit, okay, es ist ein Sony-Animation-Movie. Mir hat Cloudy with a Chance of Meatballs 1 zumindest sehr gut. Den zweiten fand ich dann nicht mehr so prall. Aber der erste war richtig, richtig gut in meinen Augen. Und genauso war es Hotel Transsilvanien, um ehrlich zu sein. Es war mal ein bisschen was anderes. Es war mal ein bisschen was anderes auf dem Animationsmarkt. Neben jetzt eben Disney und DreamWorks, den beiden großen Brechern. und Blue Sky, die irgendwo da hinten in der Gammel-Ecke rumkriechen immer noch. Aber für den europäischen Markt ist Blue Sky dann zumindest wichtig. Als Ice Age habe ich auch den Trailer gesehen. Da werden wir uns dann eventuell auch noch drüber unterhalten. Jetzt ganz kurz als so Anekdote. Insofern sagte ich, okay, und auch selbst Hotel Transsilvanien 2, wenn auch ziemlich abgehackt, konnte mich immer noch überzeugen. Es war nett. Also all diese Filme sind nett. Sie biedern dich nicht damit an, irgendwie cool sein zu wollen. So wie vor allem die Rio 1 und 2. Oh boy, wow, das sind so cool die Charaktere. Yo, das schauen die richtig coolen Kids, yo. Rio 1 und 2. Das sind diese Filme tatsächlich nicht. Wobei man das ursprünglich mit der Beteiligung von Adam Sandler glauben mochte. Bei Transsilvanien 1 und 2. Aber es war nicht der Fall. Es waren wirklich alles nette Filme. Nicht unbedingt die inhaltsvollsten Filme. Nicht gerade die intelligentesten Filme. Die haben dich jetzt nicht gerade auf eine emotionale Reise geschickt, wie es eventuell Disney- und Pixar-Produktionen tun. Aber ordentliches Entertainment. Nette Charaktere, denen du gerne zuschaust. Nettes kleines Abenteuer. Interessante Gags. Interessanter, innovativer, visueller Style. Leute werfen diesen Sony Pictures grundsätzlich vor. Oh, das ist für die ADHS-Kiddies. Ja? So? Das kreiert zumindest eine kurzweilige Experience und ich langweil mich nicht im Kino. Da kann ich mich nicht beschweren. Insofern bin ich so reingegangen in den Film. Dass ich sagte, okay, schauen wir mal, ob der typische Sony-Qualitäten bringen kann. Angry Birds hin oder her. Und ihr habt es geschafft. Es war ein kurzweiliger Film. Ich wusste, den Animationsstil zu schätzen. Ich wusste, die Ideen zu schätzen, die mit drin waren. Was ich dem Film definitiv anzukreiden habe, schon jetzt von Beginn an, bezüglich des visuellen Styles, exakt wusste ich es, von Beginn an zu schätzen, dass sie diese elaborierte Hetz-Sequenz zeigten. Wow, er stürzt dann ins Wasser und stürzt eine Klippe runter und wir schaffen das alles soweit ohne Edits. Und kreieren da vor allem dann mit 3D, was absolut mal wieder null gebracht hat für den Film. Aber zumindest so einen interessanten Tiefeneffekt. Und sie haben sich da richtig ins Zeug gelegt. Diese ganzen, das können wir alles machen, nur aus Sand und Wasser. Und das weiß ein normaler Zuschauer nicht zu schätzen. Aber jemand, der sich mit Animationen auskennt, wie ich weiß das zu schätzen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut zu Beginn an. Das Problem war nur, sie haben ähnlich wie der Spongebob-Film letztes Jahr so ein paar anders animierte Sequenzen. Sie haben da so einen Timelapse, wo die Sonne ganz schnell vorbeizieht. Und so eine Cartoon-animierte Sequenz, wo der Protagonist dann seinen großen Helden diesen Adler trifft. Und dass sie dann alle so einen Flashback haben, wo sie noch träumten, ihren großen Helden mal zu treffen. Und das Problem ist, ich glaube zuerst war die Idee da, so eine Sequenz mit drin zu haben. Und dann haben sie sich gedacht, okay, shit, wo können wir das jetzt einbauen? Das sind so viele kleine negative Punkte, die diesen Film auf jeden Fall mit begleiten. Aber für mich war es interessant, wie lange dieser Film nicht abdriftet. In irgendwie ein großes Abenteuer oder irgendwie in das Missverständnis. Das heißt, diese typischen Tropen, die du immer wieder mit dabei hast, die den Film wirklich in die Länge ziehen, stinken langweilig, machen ihm eben die Kurzweile nehmen. Nee, der Film hat das über längste Zeit durchgezogen, den Protagonist zu dieser Selbsthilfegruppe zu schicken. Und zu zeigen, wie er einfach nicht klarkommt mit den Leuten, wie er einfach ist, wer er ist. Und das war klasse. Das war mal ein ganz anderes Pacing als so viele andere animierte Filme, die so gut versuchen, Disney nachzumachen. Das war so der wichtigste Aspekt für mich überhaupt. Dieser Film wusste, was er war, hat nicht versucht, in die Fußstapfen anderer Filme zu treten und hat versucht, noch das Beste und Entertainendste von sich aus zu packen, um Leute zu unterhalten. Und das ist klasse. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen an dem Film. Und was ich vor allem super fand, war, wie viele unprobate Sexjokes in diesem Film mit drin waren. Aber so unprobat, dass es komplett über die Köpfe von Kindern hinweg geht. Weil, ich glaube, Leute wissen, ich habe so ein Problem in Kinderfilmen, wenn so Witze mit drin sind, wo du so wirklich so krass schlucken musst, wo du dir wirklich denkst, oh, wow, Kinder haben das jetzt zum Teil gesehen. Oh boy. Wie gesagt, diese Jokes waren so unprobat, dass ich mir gar nicht irgendwie Sorgen mache. Ich meine, ich muss mir sowieso keine Sorgen machen, aber du musst dir keine Sorgen generell machen, dass Leute oder Kinder das jetzt in den falschen Hals bekommen könnten. Und das war interessant. Diese ganzen Sexjokes waren wirklich total interessant, wo dann die Schweine die Eier geklaut haben und der gelbe Kumpel vom Protagonisten hält dann diese große Rede, wie sie jetzt diese Trauer überkommen müssen. Und natürlich erwartet man entsprechend der Generik, die so ein Plot oder eben so ein Dialog haben kann. Oh, wir müssen jetzt die Kinder retten, anstatt dessen wir, wir müssen die Kinder ersetzen. Frauen, reizt euch auf, heute Nacht, yay. Und das, super, super, ich glaube nicht, dass Kinder das checken werden, dass, okay, wir geben die Kinder auf, wir zeugen jetzt einen Haufen Neue, yay. Das war, das war klasse. Und es war gut genug, abstrakt genug verpackt, als dass Kinder das wahrscheinlich überhaupt nicht checken werden. Und, weißt du, der derbste Joke, über den ich mich wirklich beömmelt habe, überhaupt war, in dieser gleichen Szene, wo dann Red die Eier, also der Protagonist, diese eigentlich große heroische Ansprache hält und dann versucht, die Schweine zu antagonisieren und dann, Leute, sie haben unsere Kinder geklaut und versuchen sie zu essen. Wer zum Teufel macht es? Machst du das? Nein. Machst du das? Nein. Und du hast dann diesen einen Typen, der Free-Hug-Typ, der versucht, freie Umarmungen zu geben und Red schaut ihn an. Okay, du wirst wahrscheinlich versuchen, das zu tun. Aber, und klasse, super, ich meine, ich weiß nicht, das ist so far out, dass ich sage, okay, das funktioniert für mich und das spricht meine spezielle Art von Humor irgendwo an. Tatsächlich hat mich ein bisschen enttäuscht gegen Ende hin, dass diese, auf die ich mich eigentlich, auf die war ich am meisten gespannt auf diese Sequenz, wo sie dann am Ende, oh, ist Angry Birds spielen. Denn tatsächlich war das dann die langweiligste Sequenz überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war wirklich einfach nur noch total inkohärente, nein, nicht inkohärent, es war super editiert, aber es war nicht gut choreografiert, die Action. Es waren nette Ideen mit dabei, ja, nicht clever und visuell interessant genug, um mich jetzt zu fesseln. Wie gesagt, also super pacing das Ding und, ja, ich weiß nicht, ich hatte meinen Spaß damit. Ich muss es irgendwie rechtfertigen. Und an dieser Stelle möchte ich eben einfach nur meine Empfehlung geben. Ich möchte es gar nicht weiter ausführen, aber ich glaube, Leute haben jetzt so die Idee bekommen. Ich gebe dem Film eine 6 von 10. Ich fand, der Film war echt okay. Ich werde wahrscheinlich mal eine Sammlung übernehmen. Für einen Animationsfilmliebhaber wie mich. Massauf finde ich auf jeden Fall ein interessanter Film. Und also 6 von 10 Punkten, ich würde es den Leuten empfehlen. Wie gesagt, wenn irgendwie jetzt Eltern jetzt eine kurzweilige Experience im Kino mit ihrem Kind haben wollen. So, ich würde es empfehlen, wenn Leute irgendwie reingehen. Oh, ich will jetzt Angry Birds im Kino sehen. Ich fand es echt okay. Es ist so auf einem Level mit Hotel Transsilvanien 2. Netter Spaß für zwischendurch. Ich hätte nicht gedacht, dass der Film mich so weit überzeugen würde, um eben entsprechend auf Ice Age 2 zu kommen. Ice Age 2 ist ein Film, von dem ich genau weiß, das Ding wird mich in 100 Jahren nicht abholen. Das ist eben so, dieser Film versucht so einen speziellen Modus zu generieren an Filmen. Und dieser Film eben nicht. Dieser Film wusste, was er ist. Und er schämt sich nicht dafür. Und es ist klasse. Und dafür gibt es 6 von 10 Punkten von mir. Danke, dass diejenigen, die bis hierher gekommen sind, wahrscheinlich das ganze Video gesehen haben. Sollten euch weitere Kritiken von mir interessieren, habe ich euch zumindest 2 weitere thematisch ähnliche Kritiken verlinkt. Außerdem könnt ihr über meine Kanalseite zu meinen Profilen auf Twitter und IMDb kommen. Dort erhaltet ihr Informationen up to date und könnt meine Filmwertungen verfolgen und im Archiv kramen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.